noch, oder mit Red Power noch, äh, rein- und rauspumpen, aber, äh, das lasse ich jetzt mal, so, genau, Moment, jetzt stellen wir erstmal das Ding hier auf, ähm, schalten hier aus und tun Koks rein, das sollte eigentlich laufen, die Fackeln tun wir rein, die Rails tun wir rein, Bridge-Material, ups, das behalte ich, das Bridge-Material, das holt er sich selber, weil, also, dann benutzt er so Kobbel oder sowas, also, müssen wir jetzt nichts machen, hm, ähm, das lasst mich mal überlegen, genau, Moment, das stellen wir nach unten, das ist praktisch die Höhe, in welche er graben soll, da hatte ich, glaube ich, am Anfang 20 gesagt, da müssen wir nachher mal nachgucken, nicht, dass da für irgendwelche Materialien stößt, wo man nicht, ähm, wo er nicht durchkommt, aber lassen wir das mal hier, und dann, genau, alle 8 Blöcke soll er Fackeln setzen, die Drill schalten wir ein, die Chest passt, gut, jetzt, sagen wir, er soll, raus tun, alles, was im Storage ist, rein tun soll er, ähm, Torches, also, wenn ich jetzt hier Fackeln reinlege, tun wir die mal da rein, dann würde er die auffüllen, ähm, dumm, 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 Engine, Railer, genau, Railer, tut er auch rein, das ist, ah, ne, Quatsch, so rum, von hier, halt, so rum, so, 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 das ist praktisch das Minecart und geht dann hier in den Cargo Manager raushauen, muss ich aufpassen, und was ist das, Engine, Railer, Storage, Torches, Explosive, Arrows, Bridge Material, soll er auch ins Kart rein tun, ähm, das da rein, das da rein, das da rein, okay, dann müsste es eigentlich passen, so, dann schicken wir den mal auf die Reise, äh, stopp, du sollst in die andere Richtung fahren, nicht da oben drauflegen, so, du sollst, ah, genau, ich muss ihm noch sagen, zwar, er soll in die gleiche Richtung wieder zurück, also, wenn er von hier kommt, von hier kommt, hier rauf fährt, dann lädt er aus und lädt ein und soll in die gleiche Richtung, wo er gekommen ist, wieder zurückfahren, so, jetzt schalte ich dich aber ein, zack, nein, du sollst doch da nicht lang, Mensch, sollst da lang, Mano, so sollst du fahren, so, jetzt fängt er an, einfach irgendwo hinzufahren, hallo, Warum tust du das? Äh, Moment, Baum, bist im Weg, äh, schiebe den mal kurz zurück, schieben, aus, 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 so, warum wolltest du jetzt nicht bohren? Das war jetzt grad komisch. Ich hab doch die Drill eingeschaltet, oder? Hab ich die eingeschaltet? Die ist eingeschaltet. Hä? Dann muss ich ihm hier erst den Dreck wegmachen. Kann das sein? So, Moment. Das können wir eigentlich wieder auffüllen. Zack, 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 zack. Nee. So. Äh, so. In die Richtung, genau. Äh, nein. So, die Schienen wieder da rein. So, jetzt bitte aber. Nein, warum bohrt der jetzt? Nee. Hä? Kollege, du verwirrst mich gerade. Du, äh, verwirrst mich? Du verwirrst mich. So. Ähm, vielleicht muss ich hier auch. I'm totally verwirrt gerade. Ähm, Moment. So, hier, zack. So ist fein, so ist fein. Nein, das ist böse. Warum bohrt denn der da jetzt nicht? Schön ist doch. Was ist jetzt? Aha, das ist anscheinend ein Bug. Okay, jetzt meint er aber. Geht nicht in die Tiefe. Doch, tut er. Jetzt macht das. Okay. Gut. Dann. Tut er sich da jetzt selber Brückenmaterial mit rein. Gehen wir das mal da rüber. Ah, das geht jetzt gerade nicht. Gehen wir das mal da rein. So. Okay. Gut. Dann soll der hier mal meinen. Dann schauen wir einfach mal nachher, was der treibt. Gut. Ähm. Höh. Gut, das Feld, das brauchen wir eigentlich nicht ernten, weil ich hab genug außer Karotten vielleicht. Hm. Ach, den tue ich jetzt mal wieder weg hier. Der nervt. So. Ähm. Dann mach ich noch ein paar Schienen. Und dann werde ich vielleicht mal gucken, dass ich ein paar Kühe herkriege. So, da ist durchgelaufen. Da ist auch. So. Ähm. Wie sieht es hier aus mit dem Strom? Passt. Da läuft. Da ist auch fertig. Da ist auch fertig. Dumm, 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 dumm. Weg, weg. Ähm. Da hab ich sogar noch Kohlen-Tost über. Gold. Können wir noch einschmelzen. Dann schmeißen wir das Aluminium in den Mazerator. So. Geht das? Oder muss ich das? Ne, das geht anscheinend nicht. Muss ich das direkt in den Ofen schmeißen. Okay, okay. Das muss ich direkt in den Ofen schmeißen. Na gut. Ähm. Gut. Die tue ich wieder da hinten rein. Zack, zack. Dann brauche ich Fichtenholzstufen. Holz habe ich ja noch ein bisschen was gehabt. Da. Oh, ich finde die Musik auch ein bisschen laut. So. Ähm. Dumm, 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 dumm. Tütülü. Leisten habe ich noch. Dann gehe ich jetzt runter. Halt genau die Schiene hier. Die brauche ich auch nicht. Zweite. Der Dirt. Pack mal unten rein. So. Ähm. Der Eimer. Wo war denn der Eimer? Eimer? Äh. Wo habe ich denn der Eimer hin? Ist der wieder da in der Kiste? Ah, Tatsache. So. Ähm. Einmal Öl bitte. Danke. Und Stufen. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm. Zack. Äh. Dann mache ich mir noch ein paar Slabs. So. Ah. Ah, jetzt geht das mit dem Klicken auch. Gut. Gut. Gut zu wissen. Ich könnte mir eigentlich mal ein Project Table machen. Für solche Sachen. Ähm. Ich könnte generell mal ein paar Project Table. Ups. Projektable. So zwei, drei machen. Das war Werkbank, Kiste und. Ups. Ähm. Komm hier. Werkbank. Machen wir mal viere. So. So. Kiste. Auch vier Stück. So. So. So, das war dann so. So. Und so, ne? Glaube ich. Was habe ich falsch gemacht? Ach, Stein oben. Okay. Stein. Gibt. Danke. Truhe. Wettbank. Stein, Stein, Stein. Holz, Holz, Holz. Holz. Zack. Project Table. Ähm. Packen wir mal eins nicht mit. Stellen wir das doch mal hier in die Ecke. So. Tun die hier rein. Eins, zwei, drei. Und dann brauche ich, glaube ich, noch einen Eimer, oder? Ich glaube, dann brauche ich noch einen Eimer. Oder geht das mit dem? Anscheinend schon. Moment. Dann mache ich mir noch einen Eimer. Ich bin ja nicht geizig. Eins, zwei, drei. Halt, ne, stopp. Ich kann doch aus Zinn auch. Eins, zwei, drei. Oh. 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 Und geht das, ups. Vielleicht ein klein wenig schneller. So, 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 so. So, 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 so. Ups. Ups. So. das wird immer da drin dann habe ich jetzt ein paar von denen dann ich bricht das war so glaube ich das lassen wir auch mal da drin und dann können wir nicht dem gleich neue neue schienen geben 12 2 22 22 2 so als die schienen hallo spiel kommen ohne das ist wieder so eine überkombie ich weiß gar nicht mehr was kann man eigentlich mit zombie herren anstellen was bringen wir eigentlich da ist der nächste Komm her. Haben wir sie jetzt alle? So, du bist jetzt stehen geblieben, weil... Hallo? Ach ne, der ist noch am... Aber warum spuckst du so viele Fackeln aus? Ja, machen wir es mal hier. Bist du so langsam? Das ist ja der Wahnsinn. So, da müsste ich echt einen anderen Bohrkopf hinmachen. Naja. Gut, jetzt machen wir hier mal alle... Ding Fackeln weg, weil das ist ja fast eine Verschwendung hier. Ähm, so. Eins, ups, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, eins, eins. Spinni. Komm. Komm, Spinni. Spinni. Komm. Komm. Nein! Ach du Scheiße. Fuck off. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, cool, ja. Schön, dass es mich jetzt eiskalt zerrissen hat. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Und hier in alle Richtungen verteilt. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Vielen Dank.